Wir müssen jetzt leider auf den respawn warten da war jemand schneller als ich. Ich hoffe die respawn Zeiten sind nicht allzu hoch. Also bis jetzt kommen wir relativ schnell durch aber natürlich muss er jetzt hier, da wir jetzt so viele Dequests hier machen. Ist natürlich scheiße mit den respawn Zeiten. Da ist mein Kollege. Ja war ein bisschen zu spät aber normalerweise müsste er, wenn er Dequests auch hat, müsste er den Kill mitbekommen haben. Ich bin bei unserer Gilde jetzt respektvoll und ich töte jetzt mit zusammen mit ihr. Gut, ich denke brauchen wir nicht. Theoretisch hat er nur 80.000. Ich sag ja immer theoretisch, aber ist halt immer so eine Sache. So, jetzt hat er schon ein Leben. Das glaube ich noch nicht. Das dachte ich mir schon. So und damit sind wir aus der Höhle draußen. Mit einem Massen Teleport. Das war knapp. Es gibt kein Zurück. Weiter geht's durch den Bauch der Bestien. Und mal ganz ehrlich, schaut euch das an. Schaut euch das an und man glaubt nicht, dass WoW schon zehn verdammte fucking Jahre alt ist. Natürlich sieht es nicht besonders gut aus. Weg führen wir uns auch nicht. Naja, ey krass. So. Wir nehmen die nächste Quest an von Frawl. Okay, unsere Armee muss hier bewaffnet werden. Keine andere Quest. Dann besorgen wir uns mal die Waffen. Alter, ihr habt es gesehen gerade eben. Ich habe was eingeblendet. Kochen auf Dreh nur leicht gemacht. Bittet euch zum Dreh nur Meister der Kochkunst aus und lernt auch einige Berufe. Ey, Alter! Was für ein Dropdrück. Okay. Ich habe gerade eben gelesen, hat er aus Uni bekommen. Okay, dann ist klar. Aber ganz ehrlich, ich finde die Anfangs-Quest, ja, und die Quests allgemein in den Draenor sollte man schon machen. Äh, ich meine, Dungeon-Leveln ist, ähm, bringt nicht so viele EPs. Vielleicht ist man damit stiller. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich nicht und eigentlich macht es keinen Sinn. Das ist Blödsinn. Ich mache es auf jeden Fall nicht. Ich werde hier brav hier meine zehn Levels, ähm, mit Level, mit, ja, mit Pests machen. So. Und vielleicht werde ich auch ein oder das andere Mal reinschauen in die Dungeons. Natürlich. Wieso nicht? So, wir sammeln brav unsere Schwarzfels-Waffen. Wir wollen ja eine ganze Armee ausrüsten. Ähm, ich habe ehrlich gesagt die, äh, die, wo einige geschimpft haben, ähm, die Umrandungen angelassen. Weil ich finde, ganz ehrlich, das ist ein ver-fucking-Comic-Spiel. Und ganz ehrlich, da kann man ruhig mal, äh, kann man ruhig die Comic-Elemente, die sie reinschneiden, ja, kann man ruhig an, kann man ruhig anlassen. Also, das ist, finde ich jetzt nicht spörend. Ich kenne viele Leute, die die Dinger einfach ausgeschaltet haben. Ähm, es macht keinen Sinn. So, der hat leider die Waffen jetzt weggeschmissen. Das war jetzt natürlich doof. Ähm. So, der aber nicht. Und jetzt haben wir unsere Waffen, haben wir schon. Beisammen, wir gehen jetzt wieder zurück. Ähm, ja. Was ist los? Was geht da unten vor sich? Die Horde hat hier einen Dienst zu leisten. Erhebt euch, Frostwölfe. Recht den Mord an unserem Häuptling und stellt die Ehre unseres Klassen her. So. Die, äh, Frostwölfe sind bewaffnet und gefährlich. Ähm. Ja, wir sollen jetzt ein paar Orks töten. Okay. Was können eine Handvoll Sklaven schon gegen die Schwarzfeldkriegsmaschine ausrichten? Das ist wohl der Schmiedemeister. Schwarzfelds-Orks, zerschmettert sie! Ihr drei, folgt dem Champion auf das Schlachtfeld und wartet auf mein Signal. Also eigentlich, mal ganz ehrlich, ich brauche eigentlich keine Hilfe. Die, die sind Peanuts, aber ich glaube, es gibt nur ein fettes Battle mit Garosch. Deshalb kann man da ruhig ein bisschen Hilfe mitnehmen. Wir bewegen uns jetzt auch das Schlachtfeld hinzu. So. Wir kümmern uns mal um diesen Schläger. So. 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 wir haben jetzt fast alle geschafft wir haben auch noch ein bisschen auf den Ogerschläger mit drauf dass der auch zu uns mit den Kills zählt gut dann laufen Paule mal wieder ab was wir jetzt schon eigentlich die ganze Zeit tun und ich denke von den Hauptanführern ist eigentlich nur noch Garos übrig der noch irgendwie fehlt er hat die drei Elemente vereint ich kann das nicht wieso kann ich das nicht ich hätte auch gerne alle drei Elemente vereint Schweine diese Schweine so wir haben die Schmiede zerstört war gut gemacht jetzt gibt das finale Battle theoretisch so wir müssen jemanden suchen so was müssen wir noch machen natürlich etwas Schwarzpulver und Weltenbrecherpläne kein Problem wenn nicht so viele tot werden hier gib uns mal schnell die Pläne das ist ja echt lieb von dir okay dann eben nicht äh du gibst uns die Pläne wir haben auch wir haben auch Kekse für dich wir haben Kekse Kekse? ja okay Kekse passt das und alter ups ich muss euch was explodieren lassen wir haben hier Konegana raus oh ein Klo oh ein Klo oh ich muss dringend aufs Klo äh warte kurz warte kurz hier ich scheiße ins ich scheiße in den Kopf passt so ich war jetzt scheißen und äh es kann weitergehen so ähm was wollen wir von den Arbeiter wollen wir eigentlich nichts wir wollen aus der Hütte was wir wollen aus der Hütte den Schlüssel für Garnas ähm Garnas Zelle ey wieso lebt denn niemand hallo hallo dieses boah habt ihr gesehen wie krass er diesem Stein bearbeitet hat bevor er jetzt sterben wird wir brennen wir brennen schnell Wasser oh alles in Ordnung falscher Alarm wir brennen nicht mehr so wir lassen er die scheiße wegschaufeln befreien wir ihn so aber zuerst ich erhole uns noch mal ein Fass mit Schwarzbrüger was ist denn das was ah da ist das was so so nehmen wir das Fass mal mit so und jagen damit die Bude in die Luft oder äh wo müssen wir das hin tun wo müssen wir das hin tun an irgendwas behelfsmäßiges ah okay gehen wir das mal ab und dann tun wir das an den behelfsüßigen Zünder hin tun schön 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 das muss weh getan haben so ein bisschen nur also wenn ich mit dieser Geschwindigkeit irgendwo drauf klatschen würde ich würde glaube ich erst mal heulen Sagt mir, was seht ihr? Auf welchen Panzer? Panzer fahren? Wo Panzer fahren? Ey, Panzer fahren? Wir können Panzer fahren. Oh, ihr seht's. Ihr seht's. Oh, geil. Geil. Panzer fahren, Panzer fahren. Panzer, Panzer, Panzer fahren. So, wir sind mal wieder in der Nähe vom schwarzen Portal. Ich glaube, wir werden das schwarze Portal niedermähen. Grogu getötet. Dann werden wir jetzt der Grogu schnell töten. Kann man keinen Schuh nehmen? Ja, die werden wir ignorieren. Äh, ich denke, so schnell werden wir nicht sterben. Fast. Wir wollen aufklettern. Das werden wir. Aber im Reittier. So. Ähm, ja, wo musst du hin? Gut. Was brauchst du? Was geht euch durch den Kopf? Portmix! Feuerbau voraus! Wir kommen wohl gerade rechtzeitig. Petrol hinter das Geschütz! Und halten sie fest! Yeah. Ist das, was ich denke, dass wir machen dürfen? Ach so. Ich dachte schon, wir dürfen die fette Kanone da bedienen. Schade. Ich versuche das Ding in Gang zu bringen. Kaka! Verschafft mir Zeit! Wir tun, was wir können, Thadin! Champion! Haltet uns diese Orks vom Halt! Ich mach'n, wenn ihr weniger labert. So, zack! Sterb's! Guter Schuss! Das hält immer noch auf. Kann ich noch nicht so. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Da kommt ein Panzer! Da kommt ein Panzer! Achtung! Achtung! Ha! Ha! Nicht auf mich schießen! Ey, das ist unfair! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das hält immer noch auf. Ach, diese Steuerung ist einfach Absucht! Auch sollten das Panzerbauen lieber den Experten überlassen. Haltet Stand! Da kommen sie! Sterbt! 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 Sie wollen Strengstoff benutzen! Zerstört die Wagen, bevor sie zu nahe sind! Natürlich! Äh, hättet ihr es gern! Kommt noch was! Es sind so viele! Gebt euch noch nicht geschlagen, Paladin! Wirklich nicht ein Feuerbonus auf Schnelligkeit irgendwie! Ah! Habe ich tatsächlich bekommen! Habe ich gar nicht gemerkt! Gut! Das ist fertig! Sehr schön! So, mit der fetten Kanone dürfen wir schießen! Auf geht's! Wir wollen mit der fetten Kanone schießen! Woll! Und Introzeit! Gut! Wir haben den ordentlich eingeheizt und jetzt haben wir natürlich Panik! Wir werden jetzt gerade böse gefickt und hauen jetzt schnell schnell ab! Schnell zum Dock! Lauf! 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 Ja! 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 Irgendwann geht es halt nicht mehr. Es sind einfach zu viele. Seid ihr dumm Gunner! Lauf! Interaktion! Ja! 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 Können Sieisesti! Wo hin jetzt?! So! Lauf schneller! Mein Wasserlementar ist natürlich zu langsam! Brumma! Brummaa! Eure ganze eiserne Horde! Seid so gut wie tot! Ja, wenn wir ein Schiff kapern können, ne? Oder gibt es einen Massenfort für uns? Wir brauchen eine sichere Festung, wenn wir die eiserne Horde aufhalten wollen. Und wir sind fertig. Das war die Willkommensquest. Zur Heimat der Frostwölfe! Für Warlords of Draenor. Den haben wir heute nicht sooo oft gesehen. Haha! So, ich würde sagen, das war es jetzt fürs Erste und wir sehen uns bald herwieder.